Der Postcode-Monatsgewinn im November ist im hohen Norden gefallen. Wir verteilen zum allerersten Mal sage und schreibe 1,2 Millionen Euro. 600.000 Euro im Postcode und 600.000 Euro in der dazugehörigen Postleitzahl. Hier auf dieser Straße gibt es richtig viele Gewinner. Ist das auch mal viel Geld. Lenden Sie sich heute noch an und seien Sie im Januar mit dabei. Unter 0800 7x4 oder auf postcode.lotterie.de. Viel Glück, viel Glück!